Alter, er ist so ein dickes Schwein! Oder? Oh, er ist so groß, ich hab Angst vor ihm! Das kriegst du nicht hin! Ist das alles, Karbanos? Ja, ja! Nein, da ist noch George! Passt auf, da ist noch George! Ah, okay! Ich wollt schon sagen, das kann nämlich nicht sein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Was passiert? Das war einfach Scheiße! Guso, fehl mich mal bitte! Nix, nix, nix! Junge, jetzt geiert doch nicht so nach Feed, wenn du nicht mal zu seiner Größe großartig beigetragen hast! Hallo! Ich hab ja! Fede, Fede! Fede, Fede! Alter, George, ich hau jetzt richtig Müll vor George ab, Alter! Guso, du bist dritter, Alter! Ja, Moment! Ja! Ja, vielleicht! Ja, Guso verpiss dich von da! Ja, genau! Ich würd auch nämlich sagen, weil George ist richtig ein dicker Huhn! Wenn du dich zusammenfügst, könntest du eins von den Teilen essen! Ja, wenn er ein Teil von George eatet, dann kann er auch alle essen! Oh, dieser Dodge! Ja, Dodge will mich jetzt gerade bumsen! Oh, du fügst dich zusammen! Ja, ja, ja! Dann kannst du den George... Weiß'n! Mit der Maus links, rechts, dann kannst du ähm... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß! Ja, der Dodge hat schon Angst, hat schon Angst! Ja, ist doch richtig so! Max, DG, Leon, XD! Nee, lieber nicht! Ja, Moment! Moment! Ich kann ihn noch teilen, ich kann ihn noch teilen! Boah, geht das übel ab! Guso! Ey, ey! Hier, die Orangenen! Die Orangenen! Geh da rum! Sorry, 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 sorry! Sorry, wen auch immer ich da eben gegessen habe! Guso! Guso, du ihn weiter nach links locken, dann kann ich ihn teilen! Wen? Äh, den George! Na, jetzt bin ich ja wieder zumindest ein Teil... Oh, ist das geil! Ja, der ist geteilt, der ist geteilt, der ist geteilt! George ist geteilt? Ja, ist geteilt! Ich hab ihn gesplittet! Dann bummst du mal jetzt zusammen! Ja! Ja, komm, 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 komm! Ja, ich bin langsam! Ich bin ein kleiner Cockfieber! Vorsicht, Vorsicht! Pin mich mal, pin mich mal bitte! Warte, warte! Ja, ja, warte kurz! Jetzt! Komm, E-Team! Nein! Fuck, warum bin ich noch reingegangen? Ich wollte auch was geben! Egal! Nice job! Ey, scheiße! Nein, jetzt ist mehr aufs Schüfer konzentrieren! Ja, ja, ich seh's! Mr. Heilo! Nein, nein, diese, diese... Los, los, los! Gut gemacht! Nice, nice, nice! Hab ihn! Sehr geil! Diese mehr Heilo hat grad übel gehel... ... hat muss grad übel gehel... ... hat grad übel gehel... George! Ich nehm' mal ganz kurz dein kleines Teil, okay? Oh! Ich fied dich dann wieder hoch! Ja, okay, okay, mach, mach, mach! Nimm! Und jetzt... Kill George! Du sollst zu George gehen! Nein, alles gut, alles gut, alles gut! Ganz ruhig! Oder? Ja, warte, ich... Nie, nehm' mal kleines Teil! Wie, nehm' mal? Alter, Grußler, du wolle... Feet mich, feed mich, feed mich! Feed mich! Feed mich! Ja, ich feed dich! Ah! Scheiße! Wurde ein bisschen eng, oder? Ja, ja, alles gut! Immer ruhig! Teil dich! Oh, nee, alles gut! Wo seid'n ihr, Alter? Ich check's grad nicht! Boah, es geht grad richtig übel ab, Alter! Digga! Was können wir mit George machen? Was können wir mit George machen? Ja, warte, geh' ihn rein! Ich will ihn wegdrängen! Ich dräng' ihn nach links! Ja, wir müssen George mit diesen grünen... Loll, da ist Human, Digga! Ja, ich bin's hier! Warte mal, feed mich, feed mich! Oh, nee! Ja, mach, mach, mach! Äh... Lass' mal hier irgendwie... Nee, Kuzu! Nee, lass' mal hier mal rein! Das ist zu heikel jetzt! Geh' mal, geh' mal nach oben, geh' mal! Ah, fuck! In der Maus hat gesponnen, ja, fuck! Nee, warte! Es passt, es passt! Ich kann in den reingehen! Jetzt kommt noch ein fetterer von oben! Warte mal! Feed mich mal ein bisschen! Bitte! Ja, hab' ich! Ja, feed... Ein bisschen weiter, bisschen, weiter, bisschen! Ah, jetzt kommt Hawkeye's Team! Ja, Moment, warte! Oh Gott! Der boomst uns alle! Versuch' jetzt hier ein bisschen alleine groß zu werden, weil... Versuch' dich mal zu teilen, Guzo! Häng' mich rein! Guzo-Fanboy, alles klar! Äh, die Sechs! Mann! Er fährt einfach instant rein! Äh, du hättest wegfahren müssen, Mann! Nein! Ja, jetzt, jetzt! Sorry! Jetzt nimm' ihn! Ja, ja, ich muss versuchen, ich muss versuchen! Nein! Ich geb' dir noch meine kleinen Dinger hier! Ja, gut, gut, gut! Ich bin doch noch einmal wieder zu Hause! Jesus, komm zu mir her! Die Sechs soll ich dich fielen? Jesus, ist das... Ist das der Tetz? Oh mein Gott! Alter! Die Sechs, komm her! Mr. Hilo, mach das! Ich, ich feed' dich noch mal! Ich feed' dich noch mal größer! Ja, nein, 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 nein! Ja, egal! Du musst mich nicht feeden, passt schon! Scheiße, das ist intens! Alles klar! Raus! Ja, los! Alles, wofür? Soll ich noch mal ein bisschen? Ein bisschen kann ich noch! Guck, ich wusste es doch! Das ist irgendwann schlecht! Ist das intens, Alter! Mach, mach! Ich feede dich jetzt bis zum Arsch platzen! Ja! Also, Setio, jetzt immer noch dort unten links! Was ist'n jetzt nu? Was geht denn hier ab?! Ey, die ist der Mr. Hilo! Ja, läuft! Geil! Juuu! Juuu! Alter, dieser Mr. Hilo! Ja, läuft! Wir sind erster! Mr. Hilo! Ja, geil! Fuck off, Alter! Was für'n Score! Diese, diese, diese! Geh mal zwischen mich! Geh mal hier zwischen mich! Diese! Ich probier's! Ich probier's! Aris, diese! Einer von uns! Egal, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm! Ich komm, ich komm wieder zu dir! Diese ist die Seax-Fanboy, guck! Richtig übel! Die Seax-Army razored am Herd ist nicht schaffend! Hi, Roman! Äh, wo seid ihr unten? War das? Ey, Mann! Ich will doch jetzt einfach nur wieder dahin kommen! Alter, welchen Score hast du? Das geht so übel ab! Keine Ahnung! 16.000er ist mein höchstes! Oh! Ja, genau! Ja, ich weiß jetzt schon, was auf dem Thumbnail steht! Einer von der kleinen Teile! Scheiße! Nein, trotzdem! Vergiss es! Nein! Ey, ey! Wo seid ihr? Geh mal deine kleinen Teile! Diese, wo... Ey, wo seid ihr bitte? Ich bin unten links, aber da ist niemand! Der ist irgendwo rechts! Der ist irgendwo rechts! Alter, den kann man nicht übersehen! Der ist übel fett! Echt! Uso, ich geb dir ein bisschen... Warte, warte! Warte, warte! Ganz rechts ein AFK-Land! Lida! Da ist ganz rechts! Alter Scheiße! Alter! Ganz rechts oben ist ein AFK-ler! Mr.Hilo, wo ist... Ganz rechts oben? Ganz rechts oben ist AFK! Und wo seid ihr alle? Äh, Niklas, kannst du mir ein bisschen was geben? Wer bist denn du? Äh... Wer bist denn du? Ja, warte... Nimm mal mein Nein ist Teil! Also... Nein! Scheiße! Mann, Mann, Mann! Ich bin ganz unten links! Ich bin ganz unten links! Oder? Ganz unten links, okay! Wir treffen uns unten links! Ey, diese! Diese, diese! Weiße! Bist du Heilo? Ja! Weißt du? Geh mal nach oben, Heilo! Scheiße! Ich hab Hank gefickt! Er ist tot! Oh, shit! Sag ich nur mal! So, jetzt kommt Max DG mit mir mit, genau! Ja, ja! Ich bin bei... Erik, Erik, Erik und ich komm jetzt noch! Ja, was sagt ihr? Uso, übrigens, schöne Farbe! Ja, genau, läuft bei mir, Jungs! Oh, bitte teile dich jetzt nicht! Bitte, bitte, Popoonhawk! Oh! Oh! Oh mein Gott! Fliegt der! Ja! Geraden! Oh! So, so, Mr. Heilo, was geht jetzt? Oh, da ist, da ist, da ist diese Jax, genau! Ich bin oben! Ich wurde gerade getötet! Ja, ich formiere mich jetzt! Wo ist Guzo? Ich seh den da! Ich komm jetzt nach unten links! Jo, jo! Ich seh Guzo, der ist dann! Bist du? Na, ja, 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 komm schon! Oh! Oh, die sind diese fette Leute! Oh, die sind diese fette Leute! Alter! Was gehen die ab?! Wie soll ich nur nach oben links? Ich spreader mich mal! Ja, ja, und ich kann da auch so viel los gerade! Alter! Oh Gott! Was geht die ab?! Ey, Mr. Heilo, da hab ich bisschen? Ach du Scheiße! Ja, ja, Moment! Das heißt, Mr. Heilo, Mr. Heilo, siehst du mich? Ey, hilf mir mal Ressus! Kusia, teile dich mal für den bitte! Ah, hier seid ihr alle! Mika, geh mal da weg! Mika, geh mal da weg! Mika, geh mal da weg! Mika, geh mal Mika, sonst geht's, äh, sonst... Was machst du da?! Mika, was machst du?! Mika, was machst du?! So! Vorsicht! Jetzt, jetzt müssen wir Hank knallen! Moment! Was ist das? Ja, jetzt, jetzt, komm, komm her! Ich hole Hank ran! Geh, geh mich in zwischen... Geh mich in zwischen... In der Mitte! Ja, ja, ich weiß, was du meinst! Sollte passen? Ja, ich denke auch! Ja, lass, 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 sonst teilst du dich mal am Ende da! Mika, was war das? Mika! Was war das? Ich konnte da nicht rauskommen! Mika, Mika! Oder? Lol, Niklas! Ah ja, jetzt bin ich wieder da! Alles cool, jetzt, jetzt müsste ich Hank locker kriegen! Lol, bei Niklas läuft mittlerweile auch, aber der fährt da einfach nur so rum! Ja, ja, pff! Scheiße, Mann! Läuf! So, Gusova! Gusova! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Sehr geil! Oh Gott! Ich muss jetzt sowieso zum Essen gehen! Achso, okay, kein Thema! Äh, Gusova! Ich mute mich! Hau rein! Ja! Wo bist denn du? Äh, ich, ich, ich bin das Spiel! Ich bin... Ja! Jetzt, jetzt, jetzt! Bäh, Bitches! Leute, splittet man sich! Äh, Leertaste! Äh, nein! 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 Ich das zweite Mal, Alter! Ist das lila ne Guzova? Ja! Das lila ne etwas! Äh, rosa ne besser gesagt! Äh, Guzova! Oh, Guzova! Kann ich ganz wenig hier! Dann kann ich Origin! Origin! Ja, ja, danke, danke, Guzova! Viele noch, viele noch! Ihr könnt mir einfach, ihr könnt mir einfach zwischen die Eier gehen! Dann könnt ihr... Äh, ich bin dann auch mal weg, ne? Viele, 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 viele! Guzova, nimmst du mein kleines und dann gibst mir ein bisschen! Okay, das reicht! Jetzt flieg runter, Guzova! Flieg runter! Dann hol den... Ich flieg jetzt runter, okay? User disconnected from your channel! Oder vielleicht krieg ich Human auch so... Oh, hier, Ome, hängen! Ich bin bei dir! Warte, hier! Ja, genau! Human ist doch bei uns! Ich bin bei euch! Achso! Ups! Sorry, sorry! Oh Gott, ich bin hier übel eingesperrt, Alter! Guzova? Ja? Ich hab hier Angst, ich bin zu klein! Die sechs lassen mich nach rechts gehen! Ja, genau! Wir gehen alle nach rechts! Ja, aber er kommt ja erst gar nicht an die Teilform, oder? Wir gehen jetzt alle schön nach rechts und... ...kriegen jetzt jeden einen... Guzova, hier... Oh! Guzova, was wichtig ist, pass jetzt ein bisschen auf, dass du nicht zu viel Masse verlierst, weil du siehst ja, du droppst so schnell Masse gerade! Ich weiß, was du meinst! Das heißt, du musst dich immer ein bisschen weiter ändern, sonst droppen wir die ganze Zeit nur Masse! Alter, passt hier auf! Ich weiß ja auch Leute von uns feeden, also... Ja, nee, nee, warte mal! Ich guck mal, warte mal! Erik, du brauch... willst du wissen was? Hä, da ist ein bisschen viel... Digga! Wie viele von uns hier sind! Ich hab hier einfach keinen Platz! Ich kann nichts machen! Oh mein Gott! Ja! Man kann hier wirklich gar nichts machen, weil einfach so viele von uns hier sind! Ich bin voll angesprochen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shit! Toxic! Toxic! Fuck! Wenn Toxic dich jetzt eatet, ich hol Toxic! Ja, sehr gut! Sehr gut gemacht! Sehr gut gemacht! Diese Axe, das war eine sehr geile Nummer! Verbinde dich, Guzo! Verbinde dich, Guzo! Dann kann ich dich wieder hochbinden! Ja, ja, ich... Ne, ich kann mich noch nicht verbinden! Du bist immer noch größer als ich, WTF! Lol! Ich kann mich noch nicht verbinden! Ey, das kommt auf Thumbnail! Das musst du auf Thumbnail machen! Ich, ich kann mich noch nicht verbinden! Ja, mach aber dann ein Thumbnail, Digga! Guzo! Guzo und die Sehangst, Alter! Teil dich mal, dass du... Dass ich dich fressen kann! Dein... Dein einen Teil! Oder... Oder spröde! Warte! Ne, das macht keinen Sinn! Wenn, dann muss ich deinen großen Teil, deinen kleinen Teil fressen und die spreaden! Genau, genau, genau! Und friss meinen kleinen Teil! Und dann spread ich dir! Da verlieren wir zwar ein bisschen Masse, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm! Leute, wie ähm... Allaha akbar! Allaha akbar! Leertaste! Okay! Allaha akbar! Oh, die NASA! Hab ich jetzt so bekommen! Alter! Schöne mal, ne, klasse! Okay, so! Auch die wollte ich holen! Okay, komm, Guzo, wir müssen jetzt... Ey, Leute, wir machen jetzt uns an die Top 2, 3 ran! Ja! Komm, Guzo, wir holen die jetzt! Es ist easy! Wenn du mir feedest oder ich dir feede, dann ist es richtig easy! Und ihr springt ja eh über uns rum! Ihr Pac-Man-Style! Pac-Man-Style! Nein, das lohnt sich nicht! Okay, lohnt sich nicht! Wir müssen, wir müssen diese zwei Bob und Rap getten! Wir müssen herausfinden, wo die sind und die getten! Ja! Aber die getten wir so easy! Hier, Femi! Femi! Ja, den kriegt ihr! Könnt ihr euch teilen dafür! Vielleicht schon! Ja, ja, ich überlege, wo das gerade die grünen... Aber das... Nein, nein, nein! Pass auf, wenn der jetzt da rein shootet, gell? Und du down gehst! Oh, ja dann! Dann wär's so richtig, aber... Das hab ich nicht gesehen! Ab nach links, diese Axe! Diese Axe nach links! George ist klein! Ja, du kannst ja auch einfach auf einer Stelle stehen bleiben im Zweifelsfall, ne? Furkan oder so wär halt auch gut! Die müssen wir mal getten! Irgendwie so! So! Ich muss hier gucken wegen den grünen Dingern! Ja, ich weiß, was du meinst! Oh! Komm mit mir hinterher! Ja, ja, genau! Hier, ich nehm den, der jetzt über mir ist! Hank! Oh nein! Scheiße! Geh weg! Geh weg! Was denn? Das ist der absolute Overkiller hier! Ja, egal! Den getten wir easy! Flieg dahin! Flieg dahin! Der ist easy! Oder lass mich halt fliegen! Mir egal! Guck mal hier! Warte, wer ist das rote? Das rote da! Ey Guzor, das rote! Wir getten das jetzt! Du musst mich jetzt hochfliegen! Ich fiele dich! Noch nicht! Noch nicht, noch nicht! Warte noch nicht! Ich fiele noch nicht! Ja, ja, aber warte kurz! Du kannst dich teilen! Also du kannst dich für teilen, dann erst du das, das eine teilen! Warte, warte! Wieso du? Ja, warte! Ich bin noch kleiner als der! Ich muss den roten... Okay, warte! Oh! Komm schon, komm schon! Wir getten, wenn ich den gelte, Digga, dann könnt... Dann kann ich euch alle so fett fielen, das ist nicht mehr normal! Ich fiele dich! Komm, Guzor, weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, weiter! Noch ein bisschen! Ich brauche mehr! Ich bin noch kleiner als der! Jetzt, 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 jetzt! Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter, noch mehr! Warte, hier! Sorry, Mika! Guzor, Guzor, noch mehr! Ich brauche noch mehr! Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr! Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr! Egal! Teil dich, Guzor! Guzor! Mehr, 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 mehr! Ohhhh! Mehr, 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 Guzor! Flieg einfach meinen mich rein, Guzor! Oder ne! Teil einfach noch mehr! Gib mir noch mehr! Ich hab noch nicht genug! Ich hab noch nicht genug, das ist das Problem! Ja, guck, jetzt hat er sich geswitchert! Oh! Wir haben zu lang gebraucht! Das war dumm! Warte, ich kann ihn aber immer noch getten! Warte, ich gett ihn jetzt! Teil dich! Teil dich! Guzor! Warte, Leute, ich kann ihn jetzt getten, Leute! Jetzt, jetzt! Mach du! Alter, sonst gibt's nen DDoS! Warte, 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 warte Jetzt kann ich nicht mehr Los Hier oben sind sowieso kleine Teile von ihm Ja, da sind überall kleine Scheißdinger Ja, ja Oh mein Gott Wie viel hast du? 22.000 Oh mein Gott Wie er übelst du abgeht, Alter Ja, MFG oder MLG, genau das war's Alter Scheiße Ja, das ist viel Das ist viel Ich bin jetzt bei 600 Oh Gott Alter, wir wollen mich alle fressen Ich hab Angst Warte, Diziax, ich geh gleich zwischen deine Kimme Und dann kannst du mir schön spreaden Oben links sind wir, glaub ich Oh, sorry Schön, er ist mal von Erik genascht worden Ja, du bist in mich reingefahren Dafür kann ich jetzt nichts Ach so Ja, es sind überall irgendwelche kleine Teile Ja, voll nicht die Übersicht Ich glaub, wir sind so oben links Okay, Leute, kommt zu mir Kommt zu mir Ich muss euch jetzt fielen Oben links, oder Diziax? Ja, ich flieg hier einfach irgendwo rum Oh, das ist so OP Niklas, wir gehen auch Ja, 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 Diziax, ich seh dich, warte Ich komm wieder zwischen deine Bälle Ich nehm jetzt einfach genau in diesem Moment Nehme ich jetzt auf, Leute Ja, hallo Hier jetzt spreaden, spreaden, spreaden Ja, ich spreade gleich Ich möchte die Aufnahme anfangen Und dann spreaden Eine Sekunde, eine Sekunde, bitte Leute, das muss jetzt einfach schnell sein So Hört man jetzt meine System-Audio? System-Audio aufnehmen Sag mal kurz was, bitte Hallo, hallo Hi Egal, wieso Du sendest mir dann einfach irgendwie Warte, ich kann doch einfach in TeamSpeak aufnehmen, oder? Jetzt spreade endlich Wenn man, wenn man im TeamSpeak schnell Wenn man im TeamSpeak aufnimmt Dann hört man doch auch die Scheiße, oder? Von euch Richtig? Danke Die Scheiße von euch Okay, gut, warte Wo geht das nochmal? Wo geht das? Wo geht das? Wo geht das aufnehmen? Schnell Nein, ich bin nicht schon wieder aufnehmen Achso, übrigens, ich bin wieder da unter Extras Leute, wo geht das? Wo geht das? Wo nimmt man auf? Schnell Unter Extras Wo? Aufnahme starten Okay Desktop schnell Nein, okay So, ich nehm jetzt auf Okay, jetzt nehm ich noch das hier auf Okay, nice, nice Ah, genau, jetzt started recording, genau Jetzt, jetzt drober ich Jetzt drober ich Oh, deine Deine Pornhardt ist ja, geil Jetzt spreader ich Jetzt spreader ich Warte, warte, warte Spreader Party ist noch nicht Erst wenn der Kusser da ist Hier, jetzt hier Oh, meine lieben Leute Willkommen hier zum ersten Agario Video auf meinem Kanal Und ja, Leute, ihr seht schon Es geht gerade der Ab Und ich biete jetzt mal die Leute ein bisschen hoch Einfach, weil ich die Leute so hart Weil ich hier gerade so hart Points droppe Ihr seht schon Der Rekord war vorhin 23.000 oder so Also richtig krass Ähm, ich weiß gar nicht Leute, wisst ihr was der Weltrekord Ich bin auf zu quatschen Achtung, Achtung, Gusson Ah, da oben ist Gusson Mir hat er eh keiner Hä, was ist denn der Weltrekord? Sag mal Ich will es jetzt erst mal wissen Der Weltrekord Der Weltrekord ist 60.000 Was? Okay, gut Egal, wir hatten ein Drittel davon Leute, wir hatten ein Drittel davon Das ist unsere Aufgabe Ähm, so, ähm, warte mal Wo, so, jetzt komm mal her Ich komme jetzt Ich komme jetzt wieder von unten hoch Oh, Gott Leute, das war krank War das jetzt eben, was eben passiert ist Ich check's nicht Oh, ich verbinde mich Ich verbinde mich Oh, scheiße, ich geh mal weg Oh mein Gott Der Tod entsteht wieder Oh Gott Also Leute Chill, chill, chill 2.300 Das ist jetzt ja eigentlich das erste Video Richtig auf meinem Kanal Und Gusson nimmt auch gerade noch auf Richtig Oh, ich wurde schon wieder gekümmt Oh mein Gott Das war knapp So, die Nase Gusson, wo bist du jetzt? Komm hierher Das ist jetzt der 20. Versuch, glaube ich Zu dir zu kommen Ich bin einfach unübersehbar jetzt Ohne Spaß Nee Du bist jetzt die halbe Map Ja, irgendwie schon Bestimmt, Max Nimm mein kleines Teilchen Also es macht sich mega Ich bin aber ganz oben Diese Jax Sicher? Ich war gerade ganz oben Warte, ich starte nochmal Aufnahme schnell neu Links oben Ich starte nochmal schnell Aufnahme neu Naja, bis weiter nach rechts Ich starte nochmal neu Juuu Meine lieben Leute Willkommen jetzt zu einem neuen Clash of Clans Video Auf meinem Kanal Clash of Clans Ey, du bist so ein Boot Zumal das hört man eh alles bei mir Okay, warte Ich nehme ja jetzt Oh, scheiß drauf Diese Jax der Weltrekord ist 54.829 Leute, ich kann nichts droppen Warum kann ich nichts mehr droppen? Diese Jax der Weltrekord ist 54.829 Jetzt warte hier Diese Jax, jetzt knall mich voll Okay, hier sind alle Oh Gott Jetzt, ich nehme jetzt noch Oh, es gibt's nicht Oh, es gibt's nicht Ich bin ganz klein Oh, meine lieben Leute Willkommen hier Zu einem neuen Agario Video Auf meinem Kanal Auf jeden Fall ist es jetzt ja Das erste eigentlich Und ja, wir hatten jetzt eben Glaube ich war ich 23.000 groß oder so Und ich such grad den Guzor Ich seh ihn gar nicht Guzor, wo bist du denn? Ja, gleich Warte Wie groß bist du eigentlich jetzt? Ich hab grad noch 12.000 Also ist es nicht mehr so groß Alter Oh, nicht mehr so Ich feed euch halt Ja, ich feed euch halt Die ganze Zeit Ja, ich feed euch halt Ich feed euch halt Ich feed euch halt jetzt auch Die ganze Zeit Das geht hier 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 Jetzt kannst du mich jetzt bitte feeden Bloodwork, oh fuck Wo bist du? Da unten bist du Guzor, komm Guzor Guzor ist ziemlich süß Im Gegensatz zu Dicex 54.829 von EG Kyle Ali Okay, gut Das ist Fied mich schön Fied mich schön Fied mich schön So, und jetzt droppen wir gleich Unter den 10.000 Ähm Ja gut Das Video ist jetzt zwar so Aus der Luft gegriffen Aber das war einfach eben so krass Ähm Mal schauen So, wollen wir jetzt wieder Wollen wir jetzt noch einmal Quer durch die Map Und dann nochmal richtig binden Ja, ich würd sagen Wir müssen diesen Second getten Wir müssen diesen Second getten Okay, los Und Leute, wie ihr schon seht Alle mit DG hinterm Namen Sind bei uns grad auf dem TeamSpeak Das heißt, wir sind grad so ein So ein riesiges Team hier Eine riesige Family Hier Tante Nanda Eine riesige Family Tante Nanda Gucken wir mal Oh Gott Oh, haben wir Tante Nanda gekühlt Das war dumm Oh, ja Ähm Ich fly hier einfach mal durch Wie so ein riesiger Tank Aber ich lauf auf diese grünen Teile Nichts kann mich aufhalten Ja, ja Aber ich hab euch ja so drumrum Das heißt Im Zweifel seid ihr einfach Wir laufen niemanden Äh, Visiacs, neben dir ist Mars Knall mal Mars Knall mal Mars Die müssen wir irgendwie getten Ja, ich komm da nicht hin Darf holen Ich bin viel zu langsam für den Shit Wir, wir, wir probieren ihn zu Zu dir zu locken Ja, ich bin viel zu lahm für den Shit Alter Oh, Achtung, Achtung Ich bin nicht im Server drinne Oh, okay, lol Schade So, ähm, Mars Wie getten wir den? Mars hat dich geteilt Komm, jetzt gettet ihr den doch eh Komm Hier, ich feed dich, Erik Komm, gettet den einfach da unten Ja, alter Ja, ja, nice Erik, 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 mach's klar Mach's klar, Erik Erik, Erik, Erik Komm, komm, komm Ja, fast nice Ich kann nicht YouTube So, Leute Irgendwie Ich werd grad immer kleiner Ich brauch mal schnell ein bisschen Food Bloß die einzigen, die hier noch groß sind Seid ihr alle Guck mal, guck mal, guck mal, wo man aufs Scoreboard Guck mal aufs Scoreboard, Leute Alter Ich, dann Bloodwork Dann Who, Human Ja, Max, knall ihn Max, knall ihn Oh, ich geh doch mal Oh, nehm mich mal größer Oh, nehm mich mal größer Oh, nehm sie und ich zitterte dich dann wieder Leute, Leute, ohne Scheiß Ich hab grad einen Server gefunden Der hat 20 beste Spieler Ja, ja Leute, ich nimm den Kleines Und du nimmst meins Genau Ja, läuft, läuft einmal frei Ja, perfekt Bloodwork, Bloodwork, Bloodwork Komm mal her Komm mal her Lass mal deine kleinen Teile feeden Wie sich fern, kannst du mal ganz kurz feeden? Ja, äh, ja, ne Gib mir kurz deine kleinen Teile Ich feed sie dir zu Gut Danke sehr Wo seid ihr denn? So, alles entspannt Alter, was ein, was ein Team Nimm, nimm ruhig, nimm ruhig Was ein Team das hier ist Also ganz ehrlich, ohne Scheiß Also Teamwork ist ja wohl mal mega, oder? Niklas Den da Bei Agario ist es das Arzt Oh, ich muss jetzt bloß gucken Ja, wir sind so ein 7er Team oder so In einem Team ist dick, Hass Oh fuck, Junge Diese Teile hier sind so im Weg Diese Axe geht's jetzt runter, oder was? Ja, ich komm hier nirgendwo durch Achso, okay D6, dann mach ich was Dann geh ich dagegen Splitter mich Und dann gehen wir weg Nee, nee, unnötig Ich flieg außen rum Da, ich seh Skylet Ich seh den Ich seh einen Oh nein Pac-Man-Style Niklas geht da weg Oh Gott, bei mir ist mal Hass Oh Gott Oh, ich bin weg Ich, ich, ich Ich teile mich gleich Ja, Nummer 9 Ihr müsst aber weggehen Ja, okay, okay Wir wollen's sehen Wir wollen's sehen Oh, hier sind überall diese Kleinen Leute Ja, ja Okay, gut Ich komm an den Mika, ich fiele dich, ja? D6, über dir ist George Lass den lieber nehmen Oh, ich bin sogar zu klein dafür Wie, wo ist George? Was ist da oben passiert? Lieber uns, lieber uns Ja, ich, ich hab Max, credit erst mal schön rum Ich komm hier nirgendwo durch Uso, Mika Uso, komm mal hin Oder Max, nimm mein kleines Teil Loll, wo ist Furkan? Wer, wer? Achso, Leute Leute, wo ist Furkan? Wir müssen den kohlen Der ist mittlerweile größer als ich Der aus meiner Klasse ist Furkan Der kann ich wieder ein bisschen haben So Wer denn, wer denn? Danke Olli, so Uso Pacman-Style Beste Aufnahme meines Liebes Ist einfach so, Junge Es geht so um Abkatschung Ja, auf jeden Fall, es geht so mega Oh, haben wir eh n Kliniknall Ich muss, ich muss mich einfach gleich Einfach mal einmal teilen Ich würd gern diese Lade und Tee Danke, danke, Max Wer ist der Blaue? Knall Nasa, Knall Nasa Ja, sehr gut gemacht Sehr, sehr gut gemacht George ist jetzt da By the way, wenn ihr so ein bisschen kleiner seid Und euch für eine Person teilt Also, wenn ihr jemanden feeden wollt Achso Naja, ich bin nicht groß genug Das würde nicht klappen Das würde nicht klappen Ich geh weg So, äh Ne, klappt noch nicht Ne, wir müssen weg Ne, wir müssen, genau Erstmal weg hier Er macht uns platt, Leute, weg da George Nein Oh, Furkan Furkan ist Links ist Furkan Auf jeden Fall Und abonniert Guso war Ende Auf jeden Fall Würde ich einfach sagen Sehen wir uns Wenn's wieder heißt Let's Play Agario Richtig Bis dahin Ciao Also, ich Ich würde auch sagen Ich mach auch erst mal wieder Ich mach auch erst mal wieder Also, haut erst mal rein